hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei grümmel baut ja ihr seht schon hier stehen zwei autos und ich wurde oft danach gefragt ich kann auch verstehen warum denn wir haben hier zweimal das gleiche auto nämlich den alfa oder team alfa romeo orlaine c42 2022 aus der formel 1 ich hoffe das war jetzt richtig ja zuerst kam der von kada hat die modellnummer c64005 und ein paar wochen später folgte rasta mit der 94 400 oder 94 410 ja ich habe den zuerst gebaut hatte dazu post gemacht dann habe ich den angefangen und dann haben mich bei facebook vor allen dingen leute angeschrieben ist das nicht der von kada und so ne alfa hat die lizenz an mehrere hersteller gegeben unter anderem an kada und an rasta und letztendlich nein sie sind gar nicht so ähnlich und gleich wie man denkt zumindest in meinen augen nicht machen wir mal kurz so dass ja bürokratische kada 1800 teile ungefähr rasta 2300 teile da haben wir schon mal einen unterschied ansonsten das ist ein kada modell also direkt von kada kein masters das ist im prinzip ein mock nämlich von lucas rs design wer die videos vorher schon gesehen hat ich habe ein bisschen was dazu erzählt der hat auch den maserati für rasta entworfen in dem fall jetzt hier halt dieses formel 1 auto lucas macht das schon eine weile und der ist auch basierend auf seinem 2022 modell mittlerweile gibt es ja 2023 er hat also da auch schon modifikationen dran vorgenommen das ist der oder dem der neuen saison entspricht und es gibt auch mehrere designs könnt ihr mal auf replicable nach lucas suchen und hat das design quasi an rasta verkauft die haben wiederum ein zwei kleine änderungen gemacht aber das besprechen wir später beziehungsweise könnt euch ja die review zu dem hier noch mal angucken da habe ich das aus noch auch noch mal alles ausführlich besprochen so rasta beziehungsweise lucas hat sehr massiv versucht nur technikteile zu benutzen kada hingegen geht auch stark in die systemsteinschiene das heißt hier sind viel mehr systemsteine für die formgebung zuständig als es bei rasta ist ansonsten beide haben ein paar spezial sachen dabei beides haben oder beide autos sind größtenteils über sticker beziehungsweise komplett über sticker gestaltet bis auf bei kada da haben wir ein typen schild also eine typen plakette platte dies bedruckt ihr seht ihr ein paar ja rekorde noch mal drauf und dann das auto bei rasta gibt kein typen schild da haben wir unten drunter zeige ich später ist die rasta typische oder das rasta typische panel das ist geprägt und da steht dann auch noch mal modellnummer dass es von rasta ist dass es lizenziert ist und dass es made in china ist ja alles andere was ihr jetzt hier seht an namen wie jetzt marie selleron oder schinger oder was weiß ich das sind alles aufkleber das einzige was keine aufkleber sind und das ist bei beiden gleich wenn ich jetzt hier mal die räder rein drehen sie haben hier rallye auf den reifen stehen das ist bedruckt und sie haben radkappen die bedruckt sind beide und das sind auch optisch fast die gleichen man muss aber dazu sagen weder felge noch radkappe noch reifen sind von einem hersteller also das sind verschiedene sachen ja das merkt man auch beides sind erstmal hartgummireifen das ist also nicht hartplaste sondern gummi aber kada ist härter als normaler reifen aber immer noch weicher als die von rasta man könnte quasi sagen wenn immer mal hier das ist normaler kala reifen der ist sehr weich ist halt die weiche mischung dann wäre das die medium mischung und dass die harte mischung um es mal im formel 1 scharren ich hoffe das noch so richtig zu formulieren und wie gesagt das sind drucke ansonsten alles andere sticker hier sind es knapp 70 hier sind es knapp 60 so typen schild weg was kann man noch sagen großer unterschied spezialteile hier die spiegel sind bei rasta sonderteile und das lenkrad bei kada gibt es keine sonderteile sondern nur ein sportlenkrad aber ich glaube ich kriege es nicht abgezogen sonst würde ich die ganze ax raus ziehen das gibt es glaube ich aber ansonsten ja das ist kein einfach standard rund lenkrad sondern sieht schon aus ein bisschen nach rennen lenkrad genau so noch ein bedrucktes teil das lenkrad ist von oben mit einfach romeo bedruckt zeige ich euch aber auch später noch mal gut das erst mal so grob die zusammenfassung ansonsten von den abmaßen sie sind beide ungefähr 13 cm hoch sie sind beide ungefähr 25 cm breit der ist 67 cm lang der ist 66 cm lang der radstand von dem ist anderthalb zentimeter oder ich sag mal zwei stats länger also wenn man die direkt am hinter reifen nebeneinander stellt ist das sind die vorderreifen bei dem ein tick weiter vorne ich kann es euch jetzt hier dummerweise nicht richtig zeigen weil kein platz beziehungsweise die kamera kann nicht so groß in den in die breite in weitwinkel gehen um euch das wirklich zu zeigen so ja anleitungen machen wir mal ein bisschen platz stellen wir mal ein bisschen zur seite auch ein bisschen zur seite die von kader ist schwarz komplett schwarz ziemlich dick sind 240 seiten hinten teile oder teile übersicht was an teilen dabei ist und ansonsten werden die aufkleber größtenteils während des baus aufgebracht ich weiß nicht ob das jetzt für viele erwähnenswert ist aber nachträglich aufbringen ich habe es gemacht man muss dann gerade hier in dem bereich viel auseinander schrauben auseinander bauen sorry ansonsten vorne ziemlich viel und ziemlich hübsch gemacht so bilder wie das ganze aussieht das auto aussieht hier noch ein bisschen was wie gesagt rekorde wie auch auf der typenblatt hätte ein bisschen was zum fahrer 24 nämlich so guanju ich kenne mich noch vor mir jetzt nicht mehr aus ich weiß nicht wer das ist oder ob der auch noch da fährt ja und ansonsten dann halt hier seitenweise auch vergleich original zu dem von kader und so weiter und so fort so und irgendwann kommen wir mal ins baul rote umrandungen nichts ausgegraut teile übersicht zwischen schritte längen angaben alles wie man es kennt jetzt die von rasta rasta auch wieder das sind die leeren sticker bögen rasta auch ein paar spezifikationen zum modell vergleich original das modell von rasta dann hier ein paar impressionen kader hat das ein bisschen ausführlicher und hübscher gemacht also würde ich mal sagen so qualität zu werden 0,5 wenn man schulnoten nimmt besser ansonsten was hier genau das gleiche ist es nichts ausgegraut es gibt pfeile es ist umrandet was man neu anbringt wir haben der längenangabe wir haben oben die teile übersicht nichts woran man verzweifeln könnte der aufbau grob gesagt ist ich könnte jetzt noch den mclan aber das macht keinen sinn grob gesagt kader ist anspruchsvoll gerade im heckbereich der generell anspruchsvoll aber nicht kompliziert nur von den bauschritten her merkt man dem hier an der es von kader von einem großen hersteller der bedacht ist vielleicht auch teile zu sparen es relativ simpel zu halten das kommt von einem mokker und das merkt man auch da sind viele kleinteile darum auch die höhere teile zahl das hätte man vielleicht eleganter lösen können aber er hat sich halt gedacht das funktioniert und so machen wir das ist jetzt meine einschätzung ich weiß jetzt nicht inwiefern das zumindest mein eindruck ein bisschen kompliziert oder ungewohntere bautechniken das jetzt ziemlich standard kosten nur hinten am heck da ist es war es ein bisschen fummelig ja sticker das ist auch noch mal ein großer unterschied und zwar hat kader komplett sticker großflächige sticker mit durchsichtigem hintergrund das heißt gerade im schwarzbereich ist das oder im schwarzen untergrund man sieht hier so ich versuche es mal so hier so ganz leicht sieht man immer mal ein paar luftblasen das ist bei diesen durchsichtigen sticker nun mal so sieht man auf 20 cm entfernung nicht mehr kein problem und das halt über das komplette auto und auch teilweise oder oft über mehrere teile hinweg ich hatte in der review hierzu gibt es auch eine review könnt ihr gerne mal auf meinem kanal gucken da ist das etwas ausführlicher gesprungen an ein zwei stellen macht das meiner meinung nach probleme so jetzt zu dem raster modell auch viele sticker auch flächen aufkleber aber nicht durchsichtig sondern farblich gestaltet das heißt wenn wir das jetzt mal gucken hier geht es eigentlich fast mit bloßem auge ist der unterschied stärker zwischen dem hintergrund rot der aufkleber und dem rot der teile ich habe ich ja gesagt so 20 30 cm man sieht die luftblasen alles nicht mehr hier ab einem meter ungefähr abstand und kriegt man den unterschied kaum mit einzig wenn es dann halt wirklich so direkt nebeneinander ist wie jetzt so an dieser stelle dieses dreieck hier auf einem weißen panel das ist ein sticker den bringt man auf und direkt daneben ist halt das rot der wagenfarbe seht da ist ein unterschied man kriegt halt oder ich kenne kein set wo das wirklich eins zu eins passt mit den farben des dicker und das ist hier das problem der hintergrund oder die farbe des stickers passt der sticker passt nicht immer zur wagenfarbe beim weiß genau das gleiche das weiß ist irgendwie ich weiß nicht cremiger oder so von den teilen als das weiß der sticker aber was hier der vorteil ist die haben unter anderem auch transfer sticker dabei nämlich einmal hier das orlean die 77 und vorne auf den weißen teilen das alpha logo das sind transfer sticker das heißt nur das was auf die teile drauf soll ist draufgeklebt alles andere zieht man ab das ist schön hätte ich mir flächiger gewünscht dann hätte man nämlich nicht das problem mit den farben außer jetzt hier bei diesen dreiecken weil das nun mal vormgehend ist das muss rot sein und was hier das schöne ist hier hat man die wahl nämlich man kann die 77 nehmen das ist wahrscheinlich der teamkollege oder wie bei kada die 24 darum hatte ich hier gerade noch die sticker bögen da ist nämlich die 24 24 24 und das ist dann die 77 auf der anderen seite 77 oder hier vorne die 77 warum habe ich die 77 genommen hat er ja immer die 24 hat dann habe ich halt beide so achso und ein problem bei dem raster set darum sind die zwei aufkleber nicht drauf weil die auch über zwei teile gehen sollen würde aber eine ich sag mal funktion oder ein feature nennen das feature des modells versauen nämlich der lukas hat sich gedacht ich möchte dass hier dieses kopfstützelement ich kenne den fachnamen immer noch nicht das sitzt ja einfach nur auf vier viertel pins das kann man nämlich rausnehmen so wie es im echten leben der fahrer auch abnehmen kann dieses nackenteil da drumrum ist hier ein bisschen groß ausgefallen aber ja system steine da 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 und da sitzt das dann auf viertel pins und das kann man rausnehmen rasta möchte jetzt aber aufkleber drauf machen und hat anscheinend nicht daran gedacht oder denen war gar nicht bewusst dass das ein feature ist ich habe auch mit lukas geschrieben er fragt sich immer warum die nicht probe bauen dann würden sie solche sachen mitkriegen der würde hier über die zwei teile kommen dann könnte man den inneren teil nicht mehr rausnehmen darum habe ich die weg gelassen weil das ist halt cool so dass zu den aufklebern und hier jetzt kommen wir machen wir gleich die probleme genau immer mal die probleme an also sie haben übrigens beide schöne sachen und beide probleme bei dem ist es der vordere teil der probleme macht und zwar zum einen die nase hier sind ja viele fünfer lift arme übereinander gestapelt an einer stelle hält ein pin das obere teil zusammen und hier unten hängt das sind pins drinnen dieser eine pin wenn man es zusammen steckt und nicht mehr anfasst geht's wenn man ein bisschen dran rumspielt rutscht der gerne raus und dann hat man zwischen den liftarmen eine lücke der aufkleber der hält die lift arme zusammen und dadurch gibt es mehr stabilität gleichzeitig hat aber lukas auch noch gesagt oder der macht sich da immer ein bisschen ist halt quasi ein baby von ihm und er möchte dass das immer gut ist darum gibt es dafür auch modifikationen unten ist ein link gibt es auch eine modifikation wie das besser hält dann kriegt man aber den diese das geht ja so ganz leicht nach vorne gebogen nicht mehr so gut hin weil die lift arme dann fester zusammen sind dann einfach gerade sind und nicht mehr diesen leichten knick hinkriegen so das ist das eine problem das andere problem das liegt nicht an lukas oder am design oder also am design an der am aufbau des autos sondern einfach an raster diese zwei stangen hier seht die kann ich durchbiegen da gibt es anscheinend soft versionen und hart versionen von lukas hat das mit hart versionen gebaut und die gehen hier auf die innenliegenden federn so wenn die hart sind drückt das auf die federn so und dann würde das hier theoretisch ein federn so so nach innen ihr seht ihr knickt unten ein dadurch das raster genauso wie sie es beim maserati an den türen gemacht haben die soft dinger benutzt biegen die sich ein ihr seht ja hier die sind gebogen die sind gar nicht gerade das heißt wenn ich jetzt hier drücke die federung entsteht nicht durch die federn hier im inneren die übrigens quer liegen sondern dadurch dass sich diese verbindungen verbindungsstangen biegen das heißt wer das perfekt haben möchte sollte sich entweder von kada oder von lego oder von keiner ahnung wer ich halt am besten ja kada lego mold ging wird die wahrscheinlich auch in hart haben oder gopricks die tauschen dass die hart sind hinten machen die wo auch probleme gerade für die motorisierte variante habe ich mir sagen lassen von shawnee ich drehe es mal um da ist das aber so gelegt ich weiß nicht kriegen das jetzt am besten hin ihr seht da auch der hat auch schon mittlerweile einen bogen drinnen aber wenn man federt das stößt dann gegen diese streben hier von aufhängung und kann sich nicht weiter verbiegen und drückt dann doch auf die federn also das ist die feder und das ist der diese verbindungsstange die sich biegt das ist ein großes problem oder also das ist das sind die probleme an dem vorderbereich im hinterbereich gibt es das habe ich aber selbst nicht gemacht weil ich habe ihn einfach komplett statisch gebaut aber mod übrigens habe ich gesagt es gibt mod eigentlich könnte man nur diesen oberen teil abnehmen ich glaube das hier und dann diese lift arme und das lukas hat da an in seiner modifikation gezeigt hier einfach die pins weglassen dafür da ein pin nach unten machen dann kann man das hier als komplette motorabdeckung wegnehmen und kommt auch viel besser an den innenbereich denn da haben wir einen mitlaufenden v6 wenn wir statisch bauen wenn wir es dynamisch bauen und das schöne ist das kann man hier echt easy rausnehmen kommt da ein xl motor rein und der hat ein zahnrad das geht da auf dieses schwarze zahnrad ich hoffe ihr seht das da drunter da wo mein finger jetzt ist der motor ist aber nur hinten befestigt es kann sein dass der dann hier ein bisschen hoch rutscht und dann das zahnrad nicht mehr zu dem zahnrad am motor richtig verbunden ist mein tipp ich hoffe ihr seht da ist ein t lift arm der ist mit einem zweier pin mit diesem weißen lift arm verbunden setzt da ein dreier pin rein dann habt ihr da platz und könnt die lift arme die zum motor gehen rein gehen also wer das motorisiert baut weiß was ich meine da an der stelle da ein dreier lift arm und dann sollte das problem dass hier keine verbindung herrscht oder dass die verbindung zu dem zahnrad abrutscht weil der motor hoch kann weg sein weil der lift arm fest ist und nicht mehr nur hier hinten das so als kleiner tipp ich hoffe dass das funktioniert ansonsten das ist eigentlich der wirklich oder das ist der unterschied zwischen statisch und dynamisch in der statischen version kriegt man hier so ein v6 motorblock richtiger motor wenn man schiebt läuft damit läuft flüssig kein problem und der wird dann einfach nur hier auf den connector zum motor hingesteckt und dann fertig eine sache auch noch hier ihr seht der hatten flex das ist nicht lukas schuld oder rasters das liegt an der modifikation hier weil dieses panel und auch wer es motorisiert baut dann der motor später würde hier und jetzt ist das jetzt passiert da nichts mehr kriegt er nicht mehr weil das diese reihe eigentlich verbunden wäre und für steifigkeit sorgen würde dadurch dass ich das halt für besseres motorkafer geopfert habe hat der flex so das sind die probleme an diesem set darfst du mal nach hinten fahren jetzt holen wir uns mal das von kala das hat nämlich auch so seine probleme wo fangen wir an erstes problem die federn oder die federung hier drin ist ganz komisch gebaut weil die federn liegen einfach nur eingeklemmt drin und hier diese streben die reingehen die drücken auf konnektoren gegen die federn die federn sind also eigentlich gar nicht mit der aufhängung verbunden das ist strange und ist beim aufbauen echt nervig weil die federn ständig raus springen wollen ehe man dann irgendwann die abdeckung drüber baut das ist eine sache die mich hier stört und gleichzeitig ist die lenkung nicht komplett ich sag mal durchdacht oder getestet weil da geht eine achse die hat keinen endpunkt also die kann man zu weit rein schieben beziehungsweise dadurch auch zu weit raus ja die kann man zu weit nach vorne schieben dann hat man nicht mehr genug halt zum karlangelenk was hoch zur lenkung geht und das kann einem raus rutschen wenn er das habt man kommt da relativ leicht ran man nimmt das teil hier ab also hier die flüge dann kann man hier eine drei achse rausschieben kann das ganze hochklappen und dann kommt man in an die achsen ran und kann sich das alles positionieren dass das lenkrad dann richtig hält so dass die eine sache bei dem kater set die zweite betrifft den mitlaufenden motor der hier unten drunter sitzt hier gibt es kein cover kann man nichts abnehmen dementsprechend sieht man ihn auch nicht man hört es nur aber das ist kein richtiger v6 sowie bei raster sondern einer mit er nennt sich ja oder sie nennen es immer fake motor da sind aber keine achsstopper drin sondern pins viertel pins die hoch und runter rutschen sollen die haben aber viel zu viel reibung und verkannten es aber letztendlich egal weil man es ähnlich sieht und ein paar knattern trotzdem mit beziehungsweise die angedeutete welle die da drin ist stößt dann halt gegen die festhängenden pins und man hört dass irgendwas knattert man sieht es ja ähnlich von daher weiß man nicht ob es richtig funktioniert oder nicht ja das sind die probleme an dem set so hätte man das geklärt was könnte ich jetzt noch teile teile qualität ich persönlich finde die karteile immer top oder also gut bis sehr gut und ich habe eigentlich auch nie probleme oder für mich ist es nie ein problem dass die system steine irgendwie abfallen aber man liest immer und immer wieder die system steine bei kader sind qualitativ von nah klemmkraft nicht so gut und beim zusammenbauen fällt öfter mal was ab ich habe das problem persönlich nicht aber es liegt vielleicht einfach daran dass ich zärtlicher beim bauen umgehen ich weiß es nicht aber das kann hier teile mäßig ein problem sein ansonsten ist der komplett farb neutral gebaut das einzige was vielleicht schieben wir den hier noch mal zur seite die nase wieder richtig fest drücken das gelbe zahnradar das nervt mich ein bisschen seht ihr das wenn ich jetzt hier schieben das wie es sich bewegt das ist das einzige was mich optisch stört weil da auch noch eine lücke ist in die man reingucken kann das ist doof ja ansonsten ist das hier wenn wir jetzt mal von unten gucken da hier kann ich euch sogar besser zeigen da ist es das zahnrad das stört mich ein bisschen weil man es von außen sieht ansonsten ist der komplett schwarz beziehungsweise hier dunkelgrau ein paar achsen oder so aber neutral bei rasta ist das ein bisschen anders ich habe den ausgepackt und dachte ich gucke nicht richtig das sind die zweier pins die einem raster mit gibt ich weiß nicht was die geritten hat uns blaue zweier pins anzudrehen ich habe sie einfach nicht verbaut man soll von ihnen nicht viel sehen hier unten würde man trotzdem welche rausgucken sehen also man kann wenn man es komplett mit blauen pins baut sieht man am ende welche darum blaue zweier pins weg ich habe keinen verbaut ich habe aber gott sei dank auch genug davon also das sind alles zweier pins die sind halt übrig geblieben oder irgendein mock irgendwas auseinander gebaut umgebaut von daher ich habe den komplett mit schwarzen zweier pins gebaut aber müssen wir noch ein bisschen platz machen drehen wir es mal um hoch jetzt haben wir den motor hier raus gedrückt das war die motor plums 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 können wir es halt auch richtig einsetzen der motor ist nur über einen halben stadt an einer achse befestigt ansonsten hat man da zwei pin aufnahmen und da gehen achspins rein das ist halt wirklich damit man ihn leicht rein und raus nehmen kann so also da sind blaue zweier pins sind ein paar drin aber meistens so dass man nicht sieht das sind die einzelnen zwei die man sieht ansonsten haben wir rote pins hellgraue pins dunkelgraue pins schwarze pins weiße pins rote pins pins in allen farben das stört gott sei dank relativ wenig außen oder gar nicht dass das ist sogar teilweise schön weil man dann rote pins an roten elementen hat und weiße pins an weißen aber innen ist das halt echt verwirrend mit diesen unterschiedlichen farben gerade in der anleitung sind halt immer blaue zweier pins angegeben und mein hirn ist darauf programmiert wenn ich was in der anleitung blau sehe ist entweder ein dreier pin oder ein achspin und ich komme nie auf die idee dass es ein zweier pin sein könnte da musste ich mir das ein bisschen umgewöhnen dass das eine und das andere ist vorne eine radaufhängung gibt es dreier pins in dunkelgrau ohne friction aber es ging auch dreier pins mit friction in dunkelgrau dabei da muss man darauf aufpassen was man die richtigen nimmt ansonsten hält sich in grenzen was die farben angeht das einzig nervige ist hier da sind zwei blaue konnektoren die mich richtig stören die könnte man eigentlich gegen schwarze austauschen ja ich habe es irgendwie nicht daran gedacht vergessen in dem moment da hat es mich nicht gestört ich dachte vielleicht man sieht es am ende nicht ja ansonsten sind die teile bei raster auch vollkommen okay nur an 12 stellen hätte ich mir mehr kraft gewünscht also mehr klemmkraft gewünscht was achsen angeht also hier zwei achsen ich meine es hält es fällt jetzt nicht ab oder rutscht von alleine runter aber ist jetzt auch nicht so dass es wirklich straff ist also es geht relativ einfach ab aber wenn man wenn ich jetzt hoch drühe so und wackele das fällt jetzt nicht einfach ab das wäre jetzt so das was mich teile mäßig stört ansonsten die pendelt sind alle okay rot die angusspunkte sieht man relativ gut das ist aber bei allen herstellern so ja gut hätte man das auch erledigt was so die vornachteile sind jetzt noch das design das ist größtenteils geschmackssache von daher will ich jetzt erst mal nicht sagen was besser und was oder was schöner aussieht und was nicht was aber definitiv ist der hat an stellen details die ich mir an dem gewünscht hätte zum beispiel die spiegel sind hier können wir mal näher ran mit system stein nachgebaut der hat die hier halt als sonderteil das sieht nun mal wirklich wesentlich besser aus ich halte mal meine hand dahinter dass das besser seht weil weißer hintergrund und so ihr wisst es sieht halt schöner aus genauso wir haben hier rin also wie kurde angedeutet das lenkrad ist ein spezialteil mit druck drauf da seht ihr das weiße so durch die lücke da steht noch mal einfach romeo drauf gedruckt sieht halt aus wie so ein richtiges lenkrad das ist auch schön ansonsten die kopf rausnehmen geschichte habe ich euch schon gesagt der lufteinlass gefällt mir hier oben besser als bei dem ist noch ein bild ja das muss ich ja mal das alles ein bisschen hantieren das ist bei dem schöner die nase ja ist mir ein tick zu breit aber ich finde schön wie der knick hier ist dass es mir ja mit dem panel ein bisschen zu simpel gelöst aber da ist dann halt wieder der punkt viele teile wo man den wert drauf legt und dafür vielleicht auch strukturelle probleme in kauf nimmt hier ist es halt wirklich es soll relativ einfach zu bauen sein und so ein panel hier dazwischen klemmen ist halt wesentlich einfacher als hier lüfterm richtig auszurichten ja was ich bei dem wesentlich schöner finden aber wesentlich schöner das ist hier der komplette seitenteil schieben wir dich mal wieder weg und dich mal ein bisschen ran kriegen wir das beides ins bild ja technik teile da kann man halt nicht so viel mit rundungen machen systemsteine da kann man ein bisschen mehr machen und ich finde die form des autos ist hier besser getroffen als hier und auch hier mit dem lufteinlass ist hier nicht so schön wie hier das sieht halt wirklich nach großem lufteinlass aus die aero also die aerodynamik elemente hier mit diesen mehreren kanten die nach oben gehen ist hübscher geregelt oder hübscher umgesetzt als bei dem hier finde ich das abgestufte nicht so schön dann hätte einfach pendelt man hat jedes mal eine kante hier hat man eine glatte linie nach hinten das finde ich da halt wieder besser ansonsten heckspolle gucken wir uns mal beide von hinten an das sind die heck ansichten ja so der grobe aufbau mit diesen schrägen panels ist bei beiden gleich hier können wir einfach anklappen und dieses dhs nachstellen hier gibt es ein hebel den man nach oben ziehen muss dann klappt es hoch und schiebt einen dann das ist wieder die klemmkraft der achsen hoch geht aber beim runterdrücken schiebt ein immer das hier ein bisschen von der achse da würde wenn es wirklich stört ein bisschen frischhaltefolie dazwischen und dann auf die achse schieben dann hätte es besser hier haben wir sogar noch mal einfach romero von hinten einen aufkleber den haben wir hier gar nicht also hätte man hier theoretisch noch ein draufballern können ja hier finde ich die rückleuchte irgendwie ein bisschen schöner weil ich glaube die ist bei der form 1 auch mehr eckig als rechteckig also mehr quadratisch als rechteckig ich weiß es nicht ob hier in der form oder rund was realistischer ist an sich die heckpartie finde ich hier besser weil sie breiter wirkt ob das jetzt aber richtig ist ich habe keine ahnung wie gesagt von mehr eins ich bin da seit jahren raus aber ihr seht auch gleich noch die reifen die sind bei kader ein bisschen breiter hin also erst mal generell die hinteren reifen sind bei beiden breiter als vorne die von rasta sind ein tick höher ich hoffe das sieht man kriege ich die hier kommen dann doch man sieht also die sind ein tick höher aber dafür sind die weizen von kader hinten breiter also noch breiter als die breiten hinter reifen von rasta ja wenn aber beide cool aus so und wo ich mir nicht sicher bin was besser ist und was nicht da stelle ich jetzt mal wieder so nebeneinander das ist hier dieser bereich und dieser bereich hier sieht das halt auch so extrem verwirrend aus durch diese vielen aufkleber auf diesen vielen pennets aber also hier haben wir nur ein aufkleber ist ziemlich optisch einleuchtend aber hier kriegt man halt diese illusion des gerundeten nach innen zu laufenden hin das fehlt hier halt hier sieht es halt aus wie gerade nach hinten und dann das da also versteht was ich meine das wirkt hier ein besser und der allergrößte unterschied ihr seht richtiges rot weinrot ich habe hier mein test panel rotes panel ist die gleiche farbe ist nicht die gleiche farbe eher am original als das ja und jetzt quatsch ich sehe ich gerade schon über eine halbe stunde ich habe euch jetzt beide glaube ich ausführlich von allen seiten gezeigt habe meine meinung mal gesagt was ich persönlich besser und schlechter finde was ihr jetzt daraus macht müsst ihr wissen eine sache kann ich euch noch sagen das ist jetzt stand ende oktober den gibt es für unter 90 euro aus china den gibt es in deutschland noch nicht verfügbar soweit ich das weiß also auch nur aus china und dafür 120 euro dollar also ich glaube um die 90 dollar 120 dollar ist also teurer als der der hat aber 500 teile mehr hat sonderteile die der nicht hat der hat dafür mehr system steine und die richtige wagenfarbe der soll aber in deutschland noch weit offen mal also von den importeuren von denen die es importiert haben auf den markt kommt für um die 90 95 euro was den preis dann wieder relativieren würde und dann müsst ihr wissen welchen ihr besser findet ja ich weiß die frage kommt welchen finde ich besser ich kann es euch nicht sagen weil sie beide vor und nachteile haben der kader ist glaube ich ein tick weiter vorne und würde ich beide behalten wovon ich nicht ausgehe weil ich meine sammlung jetzt echt mal verkleinern muss weil ich einfach überhaupt gar keinen platz mehr habe aber ideal wäre es beide kaufen und beide zusammenbauen also so eine mischung aus beiden die spiegel von dem noch hier dran und okay das geht nicht diesen cockpit bereich hier rein setzen das wäre so dass das coolste aber ja geht halt nicht weil es schon von farben her nicht funktioniert aber oder die nase von dem an den dran die seitenkästen von dem halt behalten dafür aber was wollte ich jetzt sagen die seite ja ihr wisst irgendwie so eine mischung aus beiden es gibt für mich keinen klaren sieger weil sie beide stärken haben und sie haben beide schwächen und was mich bei dem besonders stört hier kann ich meine hand runter schieben hier sieht es optisch so aus weil das aeroteil so hoch geht aber hier hinten kriege ich es nicht runter also der ist flacher der ist sehr hoch das wäre jetzt noch den könnte aber den was könnte ich jetzt noch ganz kurz sagen die kriegt man ziemlich schnell tiefer gelegt wenn das hier zu hoch ist ihr seht hier die strebe das ist die strebe da da ist der innere pin benutzt nehmt den äußeren dann ist eins da tiefer gelegt und drücken wir mal zusammen dann sieht er so flach aus also dann ist er wirklich massiv tiefer gelegt vorne die seiten das kriegt man hier wobei das das wirkt halt auch so also hier ist ja der unterboden das geht ja so schräg nach oben das hier ist der unterboden hier geht die linie was ihr dann eigentlich seht und dadurch denkt man dass der hoch ist aber ich komme nur und dann knall ich gegen den boden also der ist eigentlich schon relativ flach hier kriege ich meine hand nicht runter hier kriege ich hier drunter also kader ist tiefer als raster aber für mich beides immer noch viel zu hoch ich meine die haben probleme weil sie sehen unterboden bei den rennen zu sehr abschleifen also diesen brutal tief warum die beide so hoch sind verstehe ich halt nicht weil die müssen beide komplett so halben statt über den boden schleifen und dann von mir aus eine knüppelharte federung rein oder gar keine federung weil ist ein formel einswagen die federn halt auch nicht wirklich man kann sein optisch darstellen aber den federweg so irgendwie begrenzen dass es ein zwei millimeter sind gut genug gequatscht stellen wir es noch mal einmal kurz hin noch mal zur erinnerung rasta in hellerem oder richtigerem rot kader im weinrot so viel von mir ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen mit den unterschieden und ich wünsche euch noch einen schönen tag tschüss